Heute keine Review, heute gibt es Geschenke. Eine Mitgliedschaft der Scotch Mount Whisky Society für euch. Tagchen, Tagchen. Wie gesagt, heute kommen wir wieder mit einem kleinen Gewinnspiel um die Ecke. Die Scotch Mount Whisky Society, auch bekannt als SMWS, hat uns eine große Mitgliedschaft zur Verfügung gestellt, die wir an euch verlosen dürfen. Ganz cool. Ganz geil eigentlich. Das finden wir auch. Scotch Mount Whisky Society oder SMWS, für die, die es noch nicht wissen, ist ein Whisky Club, der zeitgleich auch als unabhängiger Abfüller aktiv ist. Und ich sage mal, der große Bonus so einer Jahresmitgliedschaft, die man da abschließt, ist letztendlich der Zugriff auf eben diese Abfüllungen, auf den regelmäßigen Outturn, der da kommt. Ja, in den meisten Fällen reden wir von Singlecast-Geschichten, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert und mit kleinen Besonderheiten. Ich halte mal einen an die Kamera. Die kleinen Besonderheiten, die Andi meinte, sind, glaube ich, in erster Linie dieser Code hier, der anstelle eines Brennereinamens auf der Flasche steht, den man aber quasi übersetzen kann. Also die Zahl vor dem Punkt steht für die Brennerei. Die Zahl nach dem Punkt, glaube ich, für die Anzahl der Fässer, die schon abgefüllt wurden. Genau. Und dann gibt es immer so eine Art Farbcode, hier dieses Olivgrün. Das steht dann für das Geschmacksprofil. Da habt ihr da ein bisschen kleine Fächer als Hilfe. Also ganz spannend gemacht. Monatlichen Outturn gibt es. Und SMWS-Mitglieder haben halt die Möglichkeit, darauf direkt dann zuzugreifen. Was gibt es noch für Vorteile bei der Mitgliedschaft? Genau, haben wir das Magazin schon erwähnt? Nö. Ein Mitgliedermagazin kommt regelmäßig mit vielen schönen und illustrierten Informationen. Genau. Und als Mitglied habt ihr Zugang zu den SMWS-Clubräumen, unter anderem zum Beispiel in Edinburgh in den Walks, da ist das Hauptquartier der SMWS. Wahnsinnig stilvolle Geschichte da mal gewesen zu sein. Ihr habt natürlich auch Zugang zu den Scotchmode Whisky Society Tastings, die in regelmäßigen Abständen in verschiedenen Städten stattfinden. Es gibt halt an vielen Orten Partnerbars der SMWS, also Anlaufpunkte für die Mitglieder. Und ja, auch die Tastings lohnen sich wirklich, also selbst wenn man jetzt sagt, okay, ich komme jetzt als Beispiel Berlin, ich bin jetzt eher aus dem Umland. Wenn man eine Leidenschaft für Whisky hat, dann lohnt sich das da auch einfach mal dabei zu sein, weil A, haben sie einfach schöne Abfüllungen am Start und die Markenbotschafter der SMWS machen das wirklich toll. Also ich finde die Tastings von denen immer super, das kommt auf eine sehr lockere Art und Weise, das ist nicht zu hoch gestochen. Und es macht einfach wirklich Spaß, weil es geht in erster Linie darum, Whisky zu genießen. Es wirkt eben gar nicht immer meistens so sehr wie eine Werbeveranstaltung, was sowas natürlich ein kleines bisschen auch immer ist, sondern wirklich einfach wie so ein lockerer Abend. Und man sieht auch häufig dann auch immer wieder neue Gesichter, aber auch wieder alte Gesichter, die man da wieder trifft. Ja, halt ein Club. Ist halt ein Club. Und ihr könnt da jetzt Mitglied werden und was glaube ich tatsächlich so der E-Punkt auf der großen Mitgliedschaft ist, ist ja diese Kiste, ganz schön großer E-Punkt. Genau, also es gibt die normale Mitgliedschaft, die liegt bei 65 Pfund, dann gibt es mehrere Upgrade-Möglichkeiten, damit so verschiedene Goodies dann eben drin bis hin zu 130 Pfund und das ist das, was wir hier stehen. Hier ganz oben angekommen und ja, diese Box packen wir jetzt mal kurz für euch aus, dass ihr wisst, warum ihr beim Gewinnspiel jetzt unbedingt mitmachen möchtet. Also auf jeden Fall richtig schön hochwertiges Ding, finde ich. Können wir ja mal ganz kurz mal diesen hier machen, so sich das Ganze aufgeklappt auf. Ich reiche mal dem David einfach an. Da ist hier so ein Büchnern eingelassen. Ein Buch mit ganz vielen Infos. Bunte Bilder. Bunte Bilder und Text. Genau, dann wieder ein. Sehr, sehr gerne. Ein schöner kleiner Pin. Für den Hemdkragen oder so. So, dann haben wir hier so einen schönen illustrierten Deckel. Die Rückseite ist da wiederum voll bunt. Sieht sehr hübsch aus. Hier fehlen noch die Mitgliedskarte. Die gehört dann da aber rein, wenn ihr gewinnt. Ja, bunte Rückseite. Genau, dann das Besondere hierbei. Dann mal raus. Drei 10CL Abfüllungen von der Spotroad Whisky Society. Und da haben wir schon besprochen, wieder ein Code. Genau, den Code könnt ihr selber entschlüsseln. Die Whiskys selber heißen, einmal haben wir ein Delightful Honey, neun Jahre alt. Lemon Custard Cream Cake. Und ein Simply Delicious, ebenfalls neun Jahre alt. Ja, das ist im Prinzip das große Goodie beim großen Kreuz auf der Seite der Scotchmode Whisky Society. Und wenn ihr das jetzt gewinnen möchtet, dann liked einfach unseren Beitrag hier auf YouTube oder bei Facebook oder bei Instagram. und kommentiert mit dem SMS-Code zu eurer liebsten Brennerei. Genau, wie gesagt, ganz easy rauszufinden mit Hilfe dieses Internets. Und ja, haben wir gesagt, bis 19.12. geht das Ganze? Das stimmt nicht ganz. Bis 19.12. habt ihr einen anderen großen Vorteil. Das ist ja noch nicht alles wichtig. Wir haben ja noch viel mehr. Wenn ihr nämlich nicht gewinnt. Wir haben ja nur eine Mitgliedschaft, die wir jetzt so weitergeben dürfen. Aber wenn ihr nicht gewinnt, habt ihr tatsächlich bis zum 19.12. die Möglichkeit unter dem Code for Whisky Vinyl mit einer E-Mail an die SMWS Deutschland, die blenden wir euch gleich nochmal ein, eine Mitgliedschaft, diese Mitgliedschaft, die große, mit 20% Preisnachlass zu bekommen. Das ist, glaube ich, eine ganz einmalige und schöne Kiste so. Also auf die 130 Pfund 20% finde ich, ist eine schöne Kiste. Kann man machen. Also wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, dann eine schöne Kiste. Das ist ja glücklich. Jetzt müsst ihr gar nicht mehr groß verpacken. Genau. Genau, also insofern einmal viel Glück und dann auch viel Spaß mit der Mitgliedschaft hoffentlich. Und sagt uns gerne mal, was so eure Erfahrungen mit der SMWS schon sind. Schreibt es uns in die Kommentare und wir wünschen euch ganz viel Erfolg. Und Glück vor allen Dingen. In diesem Sinne, macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.